Servus Leute, ich heiße Salko und bin neu auf Youtube. Ja, ich dachte mir halt so, ich mag Youtube, mir macht ja Spaß. Wieso keinen eigenen Kanal machen? Ja, ganz simpel, ich hab Zeit, ich komm um 4 Uhr nach Hause und dann kann ich Videos machen. Und ja, wenn ihr Lust auf das habt, dann lasst ein Like um. Bei 100 Likes mach ich ein Special und dann mach ich vielleicht Pool mit meinen Schwestern irgendwas. Oder spiel Fußball, keine Ahnung, oder spiel Playstation irgendwie, keine Ahnung. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann sagt, wie gesagt, schon ein Like oben und ciao, Leute!